Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Peter Max, ihrem Spezialisten für maßgefertigte Möbel in österreichischer Tischlerqualität. Hallo und herzlich willkommen hier im Peter Max Schauraum bei den Cooking Stars. Heute gibt es bei mir ein sensationelles Innereiengericht und zwar die bekannteste Innerei und auch eine meiner Lieblingsinnereien und zwar die Kalbsleber, kurz gebraten, danach glasiert mit einer schönen Kalbschühe und karamellisierten Äpfeln. Und damit starten wir gleich mit der Leber. Ich habe hier noch einen halben Grammelknödel gefunden. Ich weiß nicht, wo der herkommt und ich weiß auch nicht, wo die andere Hälfte ist, aber wenn er schon da ist, werde ich ihn essen. So kann ein Tag starten mit einem schönen halben Grammelknödel. Am liebsten wäre mir ein ganzer gewesen, aber man kann ja nicht alles haben. Zurück zu dieser schönen Kalbsleber. Die ist jetzt schon küchenfertig, also ihr könnt das so beim Fleischhauer als Vertrauens oder eurer Wahl küchenfertig bestellen. Das heißt, die feine Haut oben ist nochmal abgezogen, die Adern sind entfernt und das Fett weggeschnitten. Leber ist ja ein sehr, sehr feines Gewebe, das beim Braten sehr leicht zerfallen kann und deswegen eben hier nochmal in etwas Mehl gewendet wird. Das Mehl agiert einfach noch als Schutzschicht, bindet uns aber auch gleichzeitig die Soße im späteren Verlauf. Wichtig, dann ist noch gut ansalzen und das leicht festdrücken. Und dann nicht zu heiß braten und auch nicht zu lange, weil je länger man das brät, desto fester wird das Ganze, dann wird es noch so krisselt und bekommt einfach einen unangenehmen Geschmack. Deswegen die Pfanne eben bei mittlerer Hitze schön vorheizen ein bisschen, dann das überschüssige Mehl auch abtupfen und dann eben diese schöne Leber leicht in diese beschichtete Pfanne entlegen. Auch beschichtete Pfanne eignet sich eben am allerbesten dafür, weil dann einfach das Ganze sich schöner von der Pfanne löst und wenn man da jetzt mit einer Spatel oder mit so einer kleinen Spachtel drunter gehen würde und das an der Pfanne klebt, ist das natürlich auch nicht schön. Jetzt nochmal leichter ansalzen und die Leber schön ruhig in der Pfanne liegen lassen, also nicht zu viel bewegen, wie jetzt bei einem schönen Steak oder bei einem Rostbraten, das wirklich schön in der Pfanne bewegt wird und auf die heißesten Stellen kommt, sondern wirklich schön einmal auf einer Seite liegen lassen, dass eben dieses Mehl anfängt so eine Schicht zu bilden außenrum und eben nicht an der Pfanne haften bleibt. Wer jetzt diesen intensiven, also bei Kalbsleber ist es eh nicht so, die schmeckt noch leicht milchiger, aber wer jetzt zum Beispiel, wenn man eine Rinderleber hat oder so und dieses eisenhaltige Aroma nicht so gerne hat oder dieses intensive Aroma allerdings Leber doch sehr gerne ist, der kann das Ganze einen Tag lang in Milch oder in Buttermilch noch einlegen und das entzieht dem Ganzen eben diese leicht penetrante eisenhaltige Aromatik. Hier kann man schon schön sehen, hat das Mehl eben schon so eine schöne Kruste gebildet, ist schon schön goldbraun und leicht knusprig obendrauf, also dieses Knusprige verfliegt ja leider dann, wenn wir die glasieren, also dann saugt sich das mit der Soße ein bisschen voll, aber genau das ist eben die Sinnhaftigkeit auch dieser kleine Mehlpanade, wenn man es glasiert, eben dass diese Soße eben noch schön oben an der Leber haften bleibt. Und dann, wichtig auch bei der Leber, also ich brate das nie ganz durch, sondern das darf wirklich noch schön zartrosa sein, also wir braten das jetzt in der Pfanne langsam schön goldbraun, danach lege ich das heraus, lasse es ein bisschen rasten, setze mir dann separat die Soße an und ziehe das dann einfach nur noch ganz kurz in der Soße gar, dass wirklich noch ein schöner rosa Kern innen drinnen ist, der das Ganze schön saftig macht. Da kann man schon ein bisschen Butter dazugeben am Anfang. Und einen frischen Thymian aus dem Kräutergarten einfach dazugeben, der das Ganze noch mal schön aromatisiert. Und dann, wie gesagt, einmal noch auf den Thymian legen, dass eben diese ätherischen Öle aus dem Thymian gezogen werden, in die Kalbslieber hinein und das Ganze schön aromatisieren. Und dann einfach die Leber aus der Pfanne nehmen, schön mit dem heißen Fett noch einmal beträufeln und das hier jetzt für ein paar Minuten wirklich ruhen lassen, damit sich das Gewebe entspannen kann und schön saftig bleibt. Ich habe hier jetzt schon einen kräftigen Kalbsfond vorbereitet, der schön einreduziert wird und dann eben zu einer wirklich schön glänzenden, hocharomatischen Soße reduziert wird. Am Schluss kommt noch ein bisschen Butter dazu und da wird dann eben diese schöne Kalbslieber wirklich schön auf den Punkt rosa gegart. Und zu der einer meiner Lieblingsbeilagen eben zu Leber oder zu auch Wildgerichten zum Beispiel, ist eben so ein glasierter Apfel. Und zwar habe ich mir hier einen Gala-Apfel genommen, der eben schön süßlich ist. Das passt eben sehr, sehr gut. Und eben dieses leichte süßliche Aroma zur Leber. Da schneide ich einfach das Kerngehäuse raus und dann kann man das jetzt noch in den Spalten schneiden und mit einem Messer oder mit einem Schäler leicht schälen. Und auch das Turniermesser, so heißt dieses kleine Messerchen, das eben diese gebogene Klinge hat und sich somit eignet, um Gemüse hier schön zuzuputzen oder eben auch diesen Apfel hier. Und da kann man den auch jetzt so leicht turnieren, heißt das. Und so schneidet man da so an den Kanten entlang. So einer wunderschönen turnierten Form. Der Sinn des Turnierens ist ja nicht nur, dass es optisch sehr schön ausschaut, sondern auch die Gemüse- bzw. Obstsorten eben auf dieselbe Größe bringt und das Ganze dann zur selben Zeit gar ist. Ich muss ehrlich gestehen, es kommt nicht alle Tage vor, dass ich irgendwas turniere. Aber wenn ich es mache, dann echt gerne, weil ich finde, dass gerade diese alten sowohl schneide-techniken als auch kochtechniken nicht verloren gehen dürfen. Und es meiner Meinung nach jeder Koch zumindest einmal oder ein paar Mal gemacht haben sollte. Hat auch, wie alle arbeiten bei mir, etwas sehr Meditatives, was ewig dauert, aber sich auszahlt. Und man kann natürlich über das ein oder andere nachdenken, wenn man da doch ein Zeitl beschäftigt ist. Eine vierte Spalte mache ich noch, den Rest werde ich später essen. Das reicht eben für diese schöne Portion an Kalbsleber aus, um da genug Süße und Aromatik beizusteuern. Ich denke dann immer über neue Rezepte nach oder was ich am Wochenende so vorhabe, was ich meiner Freundin zum Geburtstag schenke. Da denke ich jedes Mal drüber nach. Ich komme aber auf nichts. Da hilft nicht einmal das Apfel turnieren. Vielleicht beim Walnüsse schälen. Aber schauen wir mal. Wenn ihr übrigens gute Geschenke für Frauen habt, könnt ihr es mir gerne schreiben. Ich habe nämlich nie welche. Leider. Aber ich nehme gerne Ideen an. Außer gutes Essen. Da kann ich ihr jedes Mal nur was zum Essen schenken. So. Separat ist schon ein Topf mit etwas Wasser und Zucker bereit, der da langsam aufkochen kann und dann zu einem hellen Karamell gezogen wird, wo dann diese Apfelspalten hineinkommen. Wichtig auch, wenn man einen Karamell ansetzt. Also es ist am Anfang immer leichter, weil man ein bisschen Wasser dazu gibt. Dadurch löst sich einfach der Zucker gleichmäßiger auf. Der Zucker karamellisiert auch gleichmäßiger. Und auch nicht zu viel bewegen. Also nicht mit irgendeinem Löffel reinfahren, weil dann erstens klebt dann der Löffel voll mit Karamell und man kriegt das nie wieder runter. Und zweitens ist das dann auch besser für den Zucker, weil der durch mehr bewegt, also je mehr Karamellisationsprozess eben auszukristallisieren. Und dann hätte man so einen fetten Klumpen weißen Zucker dran. Also immer schön einfach stehen lassen. Da kann nichts passieren. Maximal immer noch so ein bisschen herumschwenken. Und wenn er dann langsam anfängt, also wenn dann die Bläschen immer kleiner werden und das Zuckergemisch immer dünkler wird, dann ist das auch fertig. So, das Karamell ist jetzt schön richtig, schön goldbraun-dunkel. Jetzt kommen die Äpfel noch dazu. Noch leicht ansalzen und das Ganze eben mit weißem Bratwein oder einem Weißwein ablöschen. Um erstens die Äpfel noch ein bisschen zu garen und um das Karamell eben schön vom Boden zu lösen. Schön da einkochen lassen. Die Soße ist schon fertig reduziert. Da kommt jetzt nur noch die Kalbsleber rein. Wird noch einmal schön glassiert von allen Seiten und noch ein bisschen auf rosa gebraten. Und dann haben wir eigentlich schon alles bereit und sind fertig zum Anrichten. So, die Leber und die Äpfel sind jetzt fertig. Jetzt schneide ich nochmal die Leber schön an. Eben da in der Mitte noch noch wirklich herrlich rosa. Also wirklich nicht durchgebraten. Und zäh. Und jetzt habe ich eben dann noch gerne eben frischen Apfel bzw. frischen Schnittlauch noch oben drüber. Und dann eben diese wunderbar intensive, schön eingekochte Soße mit dieser fast sirupartigen Konsistenz. Schönen, karamellisierten Äpfel. Ein wahres Gedicht. Heute gab es bei mir eine schön kurz gebratene und leicht glasierte Kalbsleber mit karamellisierten Äpfeln und einer wirklich intensiven Kalbsschü. Man kann hier schauen, wie schön rosa die Leber eigentlich gebraten ist und dadurch noch diese schöne cremige Textur hat und nicht dieses gräselte, eisenhaltige Geschmacksbild bietet. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen und probiert es ruhig einmal nachzukochen. Wirklich schön rosa auf den Punkt zu braten und nicht durch zu braten. Und somit wünsche ich euch einen guten Appetit. Bis zum nächsten Mal. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Peter Max, ihrem Spezialisten für maßgefertigte Möbel in österreichischer Tischlerqualität. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017